Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute wollen wir uns mit Microsoft Edge, also dem Internet Explorer von Microsoft beschäftigen, der Leseansicht und wir wollen ein Dokument direkt als PDF-Dokument speichern und zwar oder drucken, je nachdem wie wir es ausdrücken wollen. Jetzt einmal habe ich hier eine x-beliebige Seite aufgerufen, ein Thema, was uns alle berührt, betrifft. Hier ist oben in dem Bereich die Leseansicht noch nicht an, das heißt es ist ausgegraut. Sobald ich hier den Link öffne zu der neuen Seite, dann kommt automatisch die Leseansicht, das heißt die gesamte Werbung, die hier drin ist, wird gleich rausgenommen, ganz automatisch, wenn ich da draufklicke. Sie sehen, die Werbung ist weg, ich kann mich jetzt rein auf meinen Text konzentrieren und wenn ich das jetzt noch ausdrucken möchte oder als PDF-Dokument speichern möchte, dann gehe ich hier rechts auf diese drei Punkte, weitere Aktionen und gehe auf Drucken. Sie finden hier den Eintrag Speichern oder Speichern unter Nicht mehr. In dem Druckenmenü, was gleich auftaucht, können Sie den Drucker wählen. Sie kennen es, hier ist Ihr Drucker, zum Beispiel Fax HP OfficeJet 4630, den habe ich, aber wir wollen Microsoft Print to PDF. Das heißt, Sie brauchen also jetzt keinen PDF-Creator mehr, Sie brauchen kein anderes Programm zum Erstellen eines PDFs aus dem Internetladen. Über die Schaltfläche Drucken erstellen Sie ein Dokument, nämlich ein PDF-Dokument. Das macht der Computer ganz allein im Hintergrund. Sie rufen das Dokument über die Windows-Taste und der Taste E auf, nämlich im Explorer. Dort gehen Sie in den Ordner Dokumente, den Sie entweder hier finden oder Sie finden ihn auch hier und sehen dort gleich Ihr Dokument, was Sie gerade erzeugt haben, warum Osteuropa muslimische Zuwanderung fürchtet, Punkt, Punkt, Punkt. Mit einem Doppelklink öffnet sich dieses Dokument, gleich in Microsoft Edge. Sie brauchen also auch keinen weiteren Betrachter für PDF-Dateien. Sie sehen, die Werbung ist raus und Sie können den Text ganz in aller Ruhe lesen oder eben auch, wenn gewünscht, ausdrucken und abheften. Ich hoffe Ihnen wieder ein kleines Stück weiter geholfen zu haben und wünsche Ihnen alles Gute, Ihr Rico Rippern. Danke.